As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine edlen Geschwister und ein herzliches Hallo an alle Nichtmuslime. Wir sind gerade vor dem Lager in Berlin von Ansar, Tom Nummer 2. Die Adresse wird am Ende des Videos eingeblendet. Wir sammeln hier überwiegend Kleiderspenden, Textilien jeglicher Art, Handschuhe, Decken, Jacken, Hosen, Unterwäsche Und auch Medikamente und Geräte und auch, also die Medikamente sollten mindestens ein halbes Jahr haltbar sein. Sobald das Lager voll ist, kommt ein LKW und holt die Sachen ab und fährt sie zur Zentrale. Dort werden die Sachen aussortiert. Die ganz guten Sachen kommen direkt in die Krisengebiete, so wie Wintersachen. Die weniger gut erhaltenen Sachen werden second hand verkauft. Die ganz schlechten Sachen werden stoffweise verkauft und der Erlös des Geldes fliegt in die Projekte rein. Also nichts geht hier verloren. Und jetzt zeigen wir euch das Lager. Los Jungs, Bismillah. Herzlich Willkommen meine lieben Geschwister. Wir sind hier im Lager von Ansar Berlin. Hinter mir befinden sich die Kleiderspenden. Wir sagen ca. seit einem Monat, und Alhamdulillah, es wird von Woche zu Woche immer voller. Wir haben hier auch Medikamente, darunter Verbandszeug, Spritzen und die Kisten raffeln voll. So meine Geschwister, so spendet weiter und unterschätzt nicht diese Tat. Denn wir wissen nicht, auf welche Tat sich Allah unserer Barmd und wir Inshallah ans Paradies eintreten. In dem Sinne, Barakallafikum, jazatallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Euer Ansar, Tim, Lülin. Wir sind hier im Lager. Wir sind hier im Lager. Er embodiment von Wresteln und Werbeif그�それでは G qualcosa zu wollen. Sie müssen hier im Lager lassen zu animalsيا Denken oder den Im Lager Nada hinein.